Ja, hey, 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 neue Band, das ist da. Kamen uns sehr überraschend gerade, ich habe gerade Karten rausgeguckt für das Turnier morgen und habe ein paar Leuten, die mich schon angefragt haben, warum auch immer mich gefragt haben, ob wir morgen nach neuer Liste spielen, nein gesagt. Hab dann jetzt Lars erreicht über Max und Max meinte, nee, wir spielen morgen nach neuer Liste, weil sonst ein paar Leute nicht kommen wollen, die eigentlich für Bochum üben wollen. Und das heißt, wir spielen morgen nach neuer Liste in Halle, das ist jetzt sozusagen die Information dafür. Und deswegen auch jetzt kein Stativ aufgebaut, nichts, einfach so mal alles umdenken. Ich war gerade fast fertig mit Karten raussuchen für morgen, jetzt kommt die Hälfte der Leute und sagt, ich brauche die nicht mehr, ich brauche dafür andere Karten. Wir haben es jetzt aber gleich 19 Uhr zum Freitag und wir hatten eigentlich noch anderes heute vor. Also verzeiht es mir, wenn ich morgen nicht alles dabei habe, was ihr bestellt habt, weil es einfach nicht schaffbar ist. Ich habe tausend Chats gerade offen und dann Facebook und dann Market und ich weiß gar nicht mehr, wo ich blicken soll, weil... Dann müssen wir auch noch in das Start und tausend Sachen erledigen. Ja, nee, also ich komme morgen, ich weiß aber nicht, ob ich alles mit dabei habe. Versucht euch selber noch zu organisieren, wenn so gut das geht und ja, wir spielen morgen nach neuer Liste. Das Video kommt jetzt extra? Bis dann, ja, das mache ich sofort online, ohne Bearbeitung, uncut, tschüss. Bis dann, ja, das mache ich jetzt.